Die jüngste Geisel der Hamas-Terroristen ist Kefir Bibas und er hat seinen ersten Geburtstag in den Händen der Hamas-Terroristen verbringen müssen. Mehr als ein Viertel seines jungen Lebens verbringt dieser Junge nun bereits in Gefangenschaft. Seine Angehörigen machten mit einem emotionalen Aufruf erneut auf sein Schicksal aufmerksam und dieser Appell ist zum Symbol der Verzweiflung vieler Geiselangehöriger geworden, die natürlich noch immer auf die Befreiung ihrer Verwandten hoffen. Es ist ein Geburtstagsgruß, der um die Welt geht. Zahlreiche Menschen kommen in Tel Aviv zusammen. Der Anlass, wie so oft seit dem 7. Oktober, ein trauriger. Es ist der Geburtstag von Baby Quir Bibas. Die jüngste der noch 132 verbliebenen Geiseln der Hamas wird ein Jahr alt. Nur Baby Quir selbst kann nicht dabei sein. Mit roten Ballons erinnern die Menschen an den rothaarigen Jungen. 104 Tage. Es sind 104 Tage, in denen er nichts isst, nicht anfangen kann zu laufen, zu krabbeln, Dinge zu tun, die er als Kind tun sollte. Es sind 104 lange Tage, die für sein Leben entscheidend sind. Jeder Moment, den er jetzt erlebt, kann verheerend für ihn sein. Und er kann für den Rest seines Lebens unter bleibenden Schäden leiden. Auch in Berlin sind die Gedanken bei dem kleinen Jungen. Damit sein Schicksal nicht in Vergessenheit gerät, haben Künstler bewegende Bilder angefertigt. Eine Organisation zur Bekämpfung von Antisemitismus hat die Ausstellung organisiert. Ich glaube, dass wenn wir hier in Deutschland von Krieg lesen, von Geiseln, die im Gazastreifen gefangen sind, reden, dann sind es für uns ganz oft nur Zahlen und keine Gesichter. Und ich glaube, es ist wichtig, den Geiseln ein Gesicht zu geben. Der Cousin des Vaters von Quir ist für jede Art von Aufmerksamkeit dankbar. Niemals hätte Ailon Keshed gedacht, dass Quir, dessen vierjähriger Bruder Ariel und deren Eltern Shiri und Yaden so lange von der Hamas festgehalten würden. Wir waren sicher, dass die Welt das nicht zulassen würde, dass die internationale Unterstützung, das Rote Kreuz, UNICEF, die UN, so hart wie möglich kämpfen und sie nach Hause bringen und diese Gräueltaten und diesen monströsen Akt verurteilen würde. Aber das ist nicht passiert. Ob Familie Bibas noch lebt, ist nicht bekannt. Schon vor einigen Wochen hatten die Terroristen erklärt, dass Shiri und ihre zwei Söhne gestorben seien. Aufgeben werden ihre Angehörigen jedoch nicht. Sie kämpfen weiter für die Freilassung ihrer Liebsten.